Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen. Herzlich willkommen zu einer neuen Woche, einer neuen Woche Geek Talk Daily. Eine neue Woche Geek Talk Daily mit meiner Person, Martin Rechsteiner. Und ja, heute am Montag, dem 30.07.2018, hört ihr die Geek Talk Daily, und das hört ihr jetzt schon zum vierten Mal, 424. Mitgebracht habe ich euch heute die folgenden Themen. Surface Pro, Anti-Cheater, Google Design, Smart Home Hub, iPhone 8, YouTube VR und Yubileum. Zuallererst gibt es schöne Neuigkeiten für alle Besitzer eines Surfaces Pro, denn die Geräte von Microsoft, die mobilen Geräte von Microsoft, haben jetzt auch in der Pro-Version ein schönes, grosses Firmware-Update bekommen, das es in sich hat und man sofort installieren sollte, wenn man es dann bekommt. Denn die einzelnen Serien und Modelle sind nicht ganz alle auf dem gleichen Stand. Aber ja, wie halt immer so ist, solche Dinge kommen rollierend und somit sicherlich auch bei eurem Pro-Gerät an, von der Surface-Familie. Weiter geht es mit Microsoft und es geht in die Spieleabteilung. Denn bei der Xbox könnte bald schon eine KI dahinter stecken, die Cheater verhindert oder Cheater bestraft, Cheater rausschmeisst oder was auch immer. Denn Microsoft hat sich eine Xbox-Anti-Cheater-KI patentieren lassen. Die überprüft nicht nur, ja, so nach den bekannten Mustern, sondern eben auch ein bisschen mehr rundherum, was alles schief gehen könnte und was schief geht und strauft somit dann auch eben den jeweiligen Up. Deutlich, ja, was soll ich sagen, kann ich nur sagen, ist eine sinnvolle Geschichte und ich hoffe, dass das bald, das Patent, sie sich nicht nur gesichert haben, sondern dass das auch in die ganze Xbox und das restliche Gaming-Universum inside Microsoft integriert wird. Ist zu hoffen. Dann, Google. Ja, die haben sie ja, was Design anbetrifft, lange nicht so gehabt. Die Dienste waren immer sehr minimalistisch, die Webseiten auch und teilweise sogar schrecklich und unbrauchbar etc. Doch das vor ein Weilchen eingeführte Material Design setzt sich jetzt immer mehr durch und hat über die letzten Monate und, ja, sagen wir, das letzte Jahr doch über die ganzen Dienste jetzt langsam Einzug gehalten. Es gibt sie noch, so die ein oder anderen Geschichten wie die Search Console und etc. Da kann man zumindest über die Beta eine Voransicht auf die neue Oberfläche bekommen, aber immer mehr Dienste werden stark oder werden migriert auf die neue Oberfläche und die ist nicht mal so hässlich, wie ich finde. Kann man auch gut bedienen und da findet man meistens auch die ganzen Einstellungen. Auch wie immer, wenn es am Anfang eine große Umstellung ist, weil man, ja, Mensch ist halt ein Gewohnheitstier. Aber ja, man gewöhnt sich an alles und hier ist, wie gesagt, der Schritt sicherlich kein schlechter. Eine News, die gestern über mich gekommen ist oder zu mir gefunden hat, hat auch mit Google zu tun, aber nicht nur mit Google und deshalb ist sie auch schlussendlich bei mir gelandet, sondern mit Lego. Google Maps und Lego haben mit der Build eine, ja, soll ich sagen, eine spezielle Google-Karte zusammengebastelt. Das Ganze ist leider nicht mehr so weit aktuell, dass man selber noch was einreichen könnte, aber man kann sich zumindest anschauen. Was ist das genau? Ja, das sind berühmte und vielgesichtete Orte und Sehenswürdigkeiten etc., die man mit Lego-Steinen nachbauen konnte in 3D und damit eben dann die Google Maps anreichen konnte. Eigentlich ein cooles Projekt. Ich hoffe, dass das Google wieder aufleben lässt, weil, ja, Lego für alle. A-Fall for the world, würde ich doch sagen. Gehen wir weiter von Google in Richtung Samsung und die haben ja den Smart Home Hub, der eine Schnittstelle ist für all die Samsung-Geräte, die ins Netz dürfen. von IoT, vom Kühlschrank über Webcams etc. Und da drin sind jetzt 20 Schwachstellen aufgetaucht, die es ermöglicht hätten, im Extremfall, ja, dass Geräte ausgeschaltet werden können, Strom überlastet bei schmarten Steckdosen und Geräte kaputt machen, smarte Türen entriegeln etc. Also alles Dinge, die man eigentlich nicht möchte. Und ja, wer jetzt Angst schiebt oder Panik schiebt, nicht unbedingt nötig, denn ihr startet einfach eure dafür benötigte Samsung SmartThings App und updatet oder spielt das neueste Firmware in den Hub ein und dann sind diese Löcher wieder gestopft. Somit wie immer Backup machen, logisch, aber auch Updates ausführen, denn da können sich Reizlöcher gestopft werden. Android ist unbestritten mittlerweile der Marktführer, was das mobile Smartphone-Betriebssystem anbelangt. Doch mittlerweile sind sie so groß, dass es auch wieder mal Bewegungen in andere Richtungen geben kann. Wie es aktuell in den Staaten mit circa 5%, in Europa mit mageren, was sind es, 3% oder etwas in dem Stil, Prozent aufgeholt hat, nämlich Apple mit seinem iOS. Und da sind, wie gesagt, unterschiedliche Zahlen da. In Asien ist es nicht ganz so. Da hat dank Huawei Android zugelangt oder zu neueren Rekorden verholfen. Und ja, in Europa, in den großen Ländern, Deutschland, was war da noch dabei? Italien, England etc., Spanien genau und Frankreich, Da ist es immerhin um 0,3% gewachsen. Wie gesagt, in den Staaten sogar um 5,9%. Da sind doch einige Smartphones, die über den Ladentisch gehen, die aus dem Hause Apple kommen. YouTube VR, das ist die Plattform in YouTube, wo ihr virtuellen Content genießen könnt. Und das ging bis vor kurzem, also die sogenannten 360-Grad-Videos, das ging bis vor kurzem über die Google Daydream-Geschichten, also Smartphones, die Daydream unterstützen, über die HTC Vive, die PlayStation VR, was ja damals das erste war, worüber das gegangen ist. Und jetzt kommt noch dazu die Samsung Gear VR und somit doch ein deutlich grösserer Umfang an Geräten, die auf den ganzen Content zugreifen könnt. Habt ihr mit eurer VR-Brille schon mal solche Content genossen? Lasst es uns doch mal wissen über die Kommentare oder auch über Social Media. Das würde uns interessieren. Zu guter Letzt habe ich noch ein Happy Birthday zu singen, und dann in der letzten Woche war es soweit der fünfte Geburtstag vom Chromecast. Googles Multimedia Center in Form eines Sticks war vor fünf Jahren auf den Markt gekommen und hat seither sehr, sehr viele Einheiten sich verkaufen lassen. Und ja, hinter vielen Monitoren, respektive Fernsehen, steckt mittlerweile so ein Gerät, um eigentlich ganz einfach Bilder und Videos an den Fernsehen zu schmeißen. Und so wurde das damals auch geboren, denn eine Ehefrau von einem Entwickler bei Google hatte den Need, eben einfach und schlicht die Bilder und Videos nach einem großen Screen auf den Fernseher zu schmeißen und hatte da keine Möglichkeiten oder keine Apple TV im Haus. Und ja, somit wurde dann das Gerät geboren und ja, darf seither seinen Erfolg feiern auf der ganzen Welt. Zurecht, weil das kleine Ding ist schon praktisch, vor allem über die ganzen Android-Devices, die so rumschwirren im Haushalt. Ja, das waren es, die Neuigkeiten, die ich heute für euch bereit hatte. Ich hoffe und freue mich, euch die komplette Woche begleiten zu dürfen. Würde mich freuen, wenn ihr morgen wieder reinhört. Bis dann wünsche ich euch einen guten Start in den Tag, geniesst es und ja, vor allem auch das Wetter, es bleibt ja noch ein bisschen so. In diesem Sinne, bis dann, euer Pogipsi. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.